Kommen Sie nach Halsbach und erleben Sie die romantische Waldweihnacht im Halsbacher Wald täglich vom 1. bis 17. Dezember. Martin Winkelbauer, wir haben heute Sonntag den 3. Dezember. Normalerweise sollte der Waldmarkt in Halsbach laufen, aber leider einerseits der Schöne, andererseits auch die riesen Schneemassen haben euch große Probleme gemacht. Was ist der aktuelle Stand? Ja, der aktuelle Stand, dass wir Sicherungsmaßnahmen treffen. Die Bäume sind teilweise schwer bedeckt und schwer beladen mit Schnee. Einige Gipfeln sind auch abgebrochen, das werden wir aus dem Weg räumen. Und dann wird richtig ausgeräumt. Wir haben einen Baum schütteln jetzt, wo man sagt, die Schneelast ist zu groß. Wir möchten, dass unsere Gäste doch einfach einen sicheren und einen schönen und harmonischen Waldmarkt haben. Das heißt jetzt konkret, am Montag, am 4. Dezember ist der Waldmarkt für alle wieder komplett offen. Genau so ist der Plan und das denke ich, das können wir einhalten am ganzen Tag Zeit und am Morgenvormittag auch noch, sodass alles wieder in einen guten, in einen schönen und in einen stimmungsvollen Markt verwandelt wird. Vielleicht jetzt noch ein Wort zu diesem Wintereinbruch. Ich glaube, schöner kann man sich das Ambiente hier jetzt, wenn alles wieder offen ist, gar nicht vorstellen. Das ist richtig und darum freuen wir uns eigentlich auch auf Montag. Heute ist noch ein strenger Arbeitstag, aber Montag wird das eine Idylle, wenn wir es wahrscheinlich noch nie gehabt haben. Mit den Lichtern, mit der Illumination, mit den Kerzen und allem drumherum. Also ich denke, der Besucher, der kommt, der sie aufmacht auf dem Weg zu uns her, der wird gute Parkplätze vorfinden und einen ganz besonderen Markt. Kommen Sie nach Halsbach und erleben Sie die romantische Waldweihnacht im Halsbacher Wald täglich vom 1. bis 17. Dezember.